Heute ist die 50 Jahre Heller Jubiläumsveranstaltung und Heller wird dementsprechend 50 Jahre alt. Im Juli 1960 war es soweit, dass Heller als Marke geboren wurde und seitdem seinen Konsumenten erfreut von Grund auf frischen Getränken, die immer eine Freude machen und auch besonders gesund sind. Dazu haben wir uns heute hier eine Veranstaltung einfallen lassen, eine Fotorallye und hierzu sind alle Heller Genießer eingeladen und wir hoffen, dass heute gut 500 Leute hierher kommen werden und an der Fotorallye durch Hamburg teilnehmen, denn das ist der Hauptanlass von Leuten hier. Und um 20 Uhr 1 vorne an der Bühne sein, dann kriegen Sie einen Stempel auf Ihrem Auto und vorher nicht losgehen und um 1 Uhr dann der Startschuss selber. Und dann kriegen Sie gleich noch Gutscheine in Ihre Tüte, können sich umsonst Getränke holen an den Buden hier und auch für die Rallye selber. Danke. 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 Bitte super. Danke. Danke. Das sindmidinienste. Ja, damit hat man so viele bescheiden würde. Nun, das war nichts zu sagen. Mit 카메라 sagt Ende. Nein artwork. 1, 2, 1, Pelle! Filmplakate hängen links vom Eingang unter der unteren Reihe. Mädels, zählt mal. 5, 6. Super, 6 haben wir geschrieben. Alter. Nein, das ist doch noch die untere Reihe. Einmal sehr schön. 2. Gut, dass wir das haben. Wir sind hier. Oh, da runter. Schreibt das mal rein. Wir sind auf den Weberbrun. Und das ist es. Genau, dann gehen wir jetzt mal da rüber. Okay? Gut. Das sind's. Okay. Dann gehen wir wir. Fynn ist, wir sind zum Beispiel in der Karte. Ich glaube, wir sind da rüber. Aber wir brauchen die Karte. Wir brauchen die Karte. Wir brauchen das Karte. Wir brauchen das Karte. Mit wie vielen Mauersäulen wird in dieser U-Bahn-Eingang umrandet? Jetzt müsst ihr einmal rumgehen und einmal zählen. Und wie viele sind es? Wie habt ihr gezählt? 14. 14. Alles klar. Wie fandst du die Rallye? Sehr interessant. Wir haben Sachen gelernt, die wir zuviel nicht so wahrgenommen haben. War sehr schön gewesen. Sehr kidgerecht oder so. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, war super. Wir hatten teilweise dann doch Probleme, weil so weit mehr aufkam. Aber alles super. Hat gut geklappt. War schön. Mit dem jungen Mann in dem orangenen T-Shirt. Hast du Lust, die Glücksfehle zu spielen? Herr Giles Blum kommt jetzt auch noch zu uns auf die Bühne. Mit der großen Box, meine Damen und Herren. Drin. Und jetzt als nächstes möchte ich auch noch die Freezers zu mir nach oben holen, bitte. Nick, möchtest du mal rüber gehen zu Herrn Giles Blum und das erste Ticket rausholen? Meine Damen und Herren, die Spannung steigt. Die Rosengärtner, meine Damen und Herren. Das ist Ihr Ticket. Sie dürfen sich noch aussehen von welchem. Okay. Der Trainer macht das höchstpersönlich. Sehr gut. Dankeschön. So. Das andere Team ist das Team Holiday. Begratulation. Bitteschön. So. Nick. Dankeschön. Die Gruppe Tweety, bitte auf die Bühne. Bitteschön. Und jetzt, meine Damen und Herren, kommen wir zum Hauptpreis des heutigen Tages. Nämlich der VIP-Loge für eine Veranstaltung in der O2 World Ihrer Wahl. Nick. Es ist das Team Feuerzangenbowle. Ein herzlichen Applaus, meine Damen und Herren. Wer sich so freut, hat es doch auch verdient. Bitteschön. Herzlichen Glückwunsch. Hier ist der Preis. Das heißt, es geht wirklich um eine Veranstaltung Ihrer Wahl innerhalb eines Jahres. Ob Konzert oder Sport oder sonst wie. Mit zwölf Leuten, mit Getränken und allem drum und dran in die O2 World. Wenn Sie schon beim Applaudieren sind, nochmal einen herzlichen Applaus für unsere Jungs von den Hamburg Visas. Neben der Veranstaltung, das heißt diese Fotorallye, gibt es hier auch noch verschiedene Sachen. Eine Hüftburg für Kinder. Man kann das gesamte Heller-Sortiment kennenlernen und auch an einem Stand ein bisschen erklärt bekommen, wie Mineralwasser entsteht und was es bedeutet, wenn Wasser erst mal 300 Meter in die Tiefe durch Mineralschichten, Gesteinsschichten durchsinken muss. Und warum das deswegen auch diese ursprüngliche Reinheit hat, die Mineralwasser insgesamt auszeichnet. Und dann gibt es noch kleine Gewinnspiele. Denke ich, dass der ganze Tag hier Möglichkeiten gibt, wo die Leute sich aufhalten können, wo sie ihre Rallye machen. Aber auch die, die nicht die Rallye teilnehmen, sondern nur mit Heller ein bisschen feiern wollen, einen Anlass finden, hier zu bleiben und einen schönen Tag zu verbringen mit Heller zusammen. Sehr schön, schönes Wetter, gut organisiert. Schöne musikalische Untermalung. Ich fand das toll und es hat auch sehr viel Spaß gemacht. Ja, leider nichts gewonnen, hat aber trotzdem saumäßig Spaß gemacht. Schöne Veranstaltung. Habt ihr toll gemacht, Herr Lach.